Denkst du manchmal über das Thema deines eigenen Todes nach? Die meisten Menschen versuchen dieses Thema ja so weit weg zu schieben, wie es irgendwie gilt. Wirklich zu verdrängen, das ist so unangenehm, man möchte damit nichts zu tun haben. Und eine klassische Standardantwort ist natürlich, mit dem Tod ist alles aus. Das ist eine schöne Lösung, wenn das so wäre. Zumindest für die Menschen, die in einer Art und Weise leben, dass dieses Leben nicht wirklich ein gutes Ergebnis, eine gute Frucht hervorbringt. Wenn es mit dem Tod aus ist, dann ist es alles egal gewesen. Aber ich will dir eins sagen. Gott hat uns geschaffen, und zwar als Wesen, die ewig existieren werden. Wir sind ewig lebende Geschöpfe. Unser Bewusstsein wird in Ewigkeit existieren. Wir sind nicht Kreaturen, die mit dem Tod aufhören. Da ist nicht ein Ende, das ist nur ein Schritt in die Ewigkeit hinein. Und ich habe bei dem bekannten christlichen Wissenschaftler Werner Gitt einen interessanten Satz gehört. Der hat gesagt, fünf Minuten nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Fünf Minuten nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Das ist logisch, weil so wie du diese Grenze überschritten hast, realisierst du, was Wirklichkeit ist. Und all diese Hirngespinste von irgendwelchem Atheismus, von irgendwelchen Lehren, die uns hier in dieser Welt vernebeln und uns wissen lassen wollen, dass wir eigentlich nichts Besseres als Tiere sind, die sind innerhalb von jetzt auf gleich verschwunden. Die Bibel sagt, dass es sehr weise ist, wenn wir uns mit dem Thema unseres Todes beschäftigen. Sie sagt beispielsweise, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist sehr gut, über dieses Thema nachzudenken. Es hat was mit Klugheit zu tun. Wenn du das immer vor dir herschiebst und dich nie damit beschäftigst, dann ist das Dummheit. Oder die Bibel sagt, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ich lade dich ein, dass du deine Bibel nimmst und über das Thema Ewigkeit wirklich nachdenkst. Es ist absolut notwendig, dieses Thema in deinem Leben geklärt zu haben. Es ist das Wichtigste, was es überhaupt auf dieser Erde zu klären gilt. Weißt du, wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen, die zweitrangig, drittrangig sind. Aber das ist das Allerwichtigste, dass du weißt, was nach dem Tod auf dich wartet. Es ist völlige Naratei, irgendwie gerade in diesem Bereich so ein diffuses, ja, mal gucken, wie es kommt, Glauben zu haben. Sondern du musst unbedingt wissen, was wartet auf dich. Und Gott bietet dir an, dass er sagt, du kannst in meine ewige Herrlichkeit eingehen oder du kannst an den Ort der Finsternis gehen. Er bietet dir das heute an und du hast die Möglichkeit, jetzt in diesem Leben die Entscheidung zu treffen, damit du weißt, was nach dem Tod auf dich wartet. Der Himmel wartet auf dich, wenn du die richtige Entscheidung triffst. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.